Letztes Jahr in Rekordzeit ausverkauft war die Duvet Peppi, der Wein von unserem Mit-Master of Wine Josef Schuller, Direktor der österreichischen Weinakademie und wir haben natürlich sofort wieder eine Neuauflage gemacht. Franz Prechtl ist einer der besten grünen Vierteliner Produzenten im Weinviertel und das Weinviertel ist eigentlich die Wiege des grünen Veltliners. Und da haben wir wieder von der GUE Altenberg eine spezielle Partie, die Besten können füllen. Es ist auch jetzt grünen Veltliner Reserve geworden, wir haben ein wenig später gefüllt. Es ist ein kalbvoller grünen Veltliner, aber trotzdem mit sehr viel Frischi. Und 2023 war ein super Jahr in Österreich. Und der GUE Peppi ist mit Sicherheit auf gleichem Niveau wie der Vorgängerjahrgang. Er hat eine herrliche, schöne Fruchtigkeit und Mineralität. Er ist sehr frisch. Er ist wirklich ein bisschen wie der Wettbewerb. Und die Peppi hat diese ganze Arbeit geleistet.